so hier bin ich wieder in der letzten folge hat dieses wesen sich genährt und jetzt ist es machte pampe ja doch nun kommen so in den hals in ordnung und da kommt noch jemand na dann schnipp schnipp so auch noch jemand genau erst mal deine freundin darauf ach gott da kommen noch mal zwei das wieder eine oder eine wo kommt ihr denn her aber da ist so ein schneeberg oder berg mit schnee und als also ich denke mal wir kommen schon immer näher in das schneegebiet rein ich meine die hier und dann die anderen gegner ich kann die ja dahin locken dann könnten die mir ja vielleicht helfen oh hier geht es tief runter hier kann ich leider nicht von hinten kommen ok jaja so ist das nun mal hat der mich angeknecht und ich wollte auch gerade noch also dieses wenn das dreieck kommt dann weiß er mal nicht wann es kommt und überhaupt ob es kommt und wie es kommt und dann so was sagst du dazu so das hast du davon oh gott da ist ja noch einer einmal kurz heilen hätte ich was gesagt hier reparieren meine ich na komm ja komm her locki locki focki focki und dann hast du mich gesucht jetzt hast du mich gefunden schnibidibim schnibidibam schnibidibim der abdehadim dam 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 äh so ach dort ist auch noch so ein bilder ich gehe da mal hier lang noch weil er da oben lang geht nicht gut weil da muss ich da runter springen und das ist dann ziemlich hoch so so ja 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 genau Ja genau, der Typ wieder mit seinem Langstrahl. Pass mal auf, wenn ich bei dir in der Nähe bin, dann zeige ich dir mal meinen lang, ey. Wahnsinn. Mal gucken, ich grabe mal hier unten durch. Ah, das ist aber das hier. Dann komme ich nicht dahin, ne? Auf die andere Seite. Ja. So, oh, was, wie? Moment, Moment, äh, ich grabe hier erstmal alleine durch, nur toll. Äh, bleib unten. Moment. So. Ähm. Okay. Da drin im Haus ist auch noch jemand, na toll. Ah. Äh. La la la. La la la. La la la. Wer ist da? Der Tybi. Eine Person läuft da rum. Die andere Person läuft da rum. Äh, ne, ich bleib lieber hier. Hä, 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 hä. Ähm. 15. Eieieieiei. Okay. Okay. Da. Ja. Dann nochmal Felsen. Ach, ey, ey. Und so, ja, wir haben auch, ob immer irgendwelche Stolper fallen oder andere fallen. Ähm. Stein, 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 Stein. Keine Ahnung, ob das was hilft. Da draußen ist was. Ja, aber was? Schau mal da nach. Äh. Äh. Auiuiuiuiuiui. Äh. Okay. Zwei Mal Frott. Äh. So. Da. Einer tapst denn da rum. Oh, da oben ist auch noch jemand. Vielleicht sollte ich erstmal da die im Haus machen. Oder den Tybi im Haus, je nachdem. Aha. Ähm. 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 Moment. Der ist da. So. Einer ist da. Der guckt sich das Holz an. Okay. So. Lange genug angeguckt, das Holz. Nein. Das stimmt nicht. Äh. Ja. Da draußen ist was. Da hast du recht. Ähm. Ich bin da. Hier ist was. Ja, ich. So. Alte Pflaume, du. Zweimal Schrott, ein Lappen. Da, 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 da. Okay, warte mal. Ne, 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 du hast mich nicht gesehen. Guten Tag. Und auf Wiedersehen. Ja. So. Ähm. Au, hallo. Hast du irgendwas gesehen? Ne, ne? Die Kollegin ist nur kurz aufs Klo. Die kommen gleich wieder. Hehe. Vielleicht. Na, 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 na. Eins, zwei, drei sind da. Einer sollten sind vier. Hm. Dann habe ich aber erst neun. Da war doch was. Nein. Nein. Puh, das stinkt hier drin. Uah. Äh. Und? Keiner da. Okay, dann kann ich ja wieder rauskommen. Nein. Äh. Was war? Was war? Äh. Was ist hier los? Äh. die die es dort hinten besucht einen anderen Kollegen ok so hat er lange geguckt und denkt nö ich bin nicht da der hat so eine komische Weste und denkt nein doch nicht gesichert also gepanzert ok einmal Kerosin die anderen Sachen bleiben erstmal hier dann einmal das und dann ist hier noch eine Flasche ok Munition bleibt da noch eine Flasche ähm hallo nix ähm ja komm mal hoch hier was ist los hier ist jemand was zum so siehst du habe ich dich auch hier hingeloggt hm oh das ist auch gut das bieten wir so und so ähm ist er echt durch das Toilettenpanzer gekommen da eigentlich ähm ok da unten ist noch jemand da unten ist noch jemand da unten ist noch jemand da war doch was hallo hier bin ich na komm na komm hm 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 la 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 komm hier alte Pflaume komm ja 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 stein aber was für einer hallo ja amigo die alten Lappen wo sind die denn jetzt für steckt gehabt haha vielleicht vorne damit er was aufsaugen hat so einer ist da einer ist da hinten oder wo sind die anderen ähm hab oh naja das ist zu hoch das ist zu hoch das ist zu hoch das ist zu hoch okay ok ähm hm 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 hepp und hepp nein es wird nicht geheult ähm hm 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 noch einer ja 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 ritze ratze rotze und So. So. La la la, la la, la la la. Okay, von hier aus gesehen ist auch sonst kein anderer mehr da. Interessant. Der andere ist dort hinten. Ja, komm mal her, du. Tante Erna. Haha. Erna kommt. Da kommt sie ja. Aber wenn sie sagt, sie kommt, kommt sie prompt. Die Erna kommt. Ja, 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 ja. So, dann kriegst du noch mal einen Stein hier aufs Auto. Oh, wieder so ein Ableckungsdinger. Ah, ja. So. Schön. Dann kann ich da durch. Na, junge Frau? Soll ich von hinten? Nein, dann nicht. Noch fünf Gegner fehlen mir. Noch fünf Gegner. Einer ist da, aber wo sind die anderen? Auf Klo, oder was? Hehehehe. Naja, er ist da, aber ja. Und sonst? Hm. Dann habe ich da erst zwölf. hier war wohl mal eine treppe treppe gut alles gut oder so ähnlich dann der laden nein hier ist nix Oh 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 hei hei hei, da ist er jei, nee, heb. dann komme ich bei dir von hinten du kannst du mich nicht finden ganz leise mache ich jetzt die platz das war deine letzte zigarette nein durchsuchen hier hat nicht da ist die bunker luke moment war da noch einer der linker an der wand ok 11 haben wir 12 13 14 dann führt immer noch einer ich sage ja dann das bestimmt aufs klo oder was aber immerhin bis jetzt hier keine falle keine bärenfalle und sowas ich denn der letzte hin okay hm Hoi! Nein, geh doch mal nachgucken. Nö, will er nicht. Du Eimer. Das weiß ich doch nicht. Das war ein Stein. Hier ist doch was. Hier ist was. Ja. Ja. Hier ist jemand. Mhm. Hm. Was zum Teufel ist. Hm. Hm. Hier ist doch was. Hier ist was. Ja. Du bist da. Und ich bin da. Aber jetzt ist einer von uns beiden weg. Wer ist das? So. So. Hm. 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 So. Eines noch da unten. Aber wo ist dann der andere? Einer fehlt ja noch. Einer fehlt ja noch. Hallo? Nein. Hier um die Ecke ist er nicht. Ähm. Hm. Wo kann der denn sein, der andere? Hm. Ja. Komm mal her. Ja. Ja. Da ist so. Es ist was. Wo ist der eine? Das ist die Frage, wo ist hier noch einer? Hallo, bist du hier irgendwo? Ne. Merkwürdig. Kuckuck, wo bist du? Wo ist er, ist er, ist er, nein, das ist er nicht. Hallo. Ach da. Da ist er ja. Was? Wer war was? Da ist nichts, du einmal. So, geh mal da hin. Was zum? Hier ist jemand. Das war's. Mit euch. Wie gefällt euch das, hm? Überfallen zu werden macht Spaß, hm? Ach ne. Am Ende noch in die Falle geht, hab ich glaub' da nicht. Okay. Ähm. Gut, dann gehe ich jetzt hier hoch. Dann untersuche ich noch den Bunker. Und dann werde ich die zur Folge beenden. Ähm. Was war mit dem? Lappen mit voll. Gut. Ähm. Hepp. So. Na bitte. Und von der Seite. Gut. gut. Und dann runter mit Ordens. Hier Bihau. So. Was haben wir hier, rechte Seite? Nix. Die linke Seite ist. Hm. Nix. Aber hier ist was. Äh. Wie praktisch. Eine Karte. Eine Menge Markierungen. Sehr schön. Hundert Prozent. Yeah. Das hinter hat kein Abschluss. Abgeflossen. 1200 EP. Yippee. Jajoh. So. Da war das nicht so viel. Okay. Jaja. Das kenne ich schon. Freigefaltet. Hinter als Camp Jäger. Und besserer Schläger. Okay. Blup. Hauptsala. Oha. Ähm. Ja. Gut. Dann. Ich schätze mal, die brauchen sie nicht mehr. Nein. Die brauchen sie nicht mehr. So. Das Bett ist hier. In Ordnung. Nochmal einmal kurz auf die Karte gucken. So. Ich muss da hin. Kopfgeldjäger. Ach. Guck mal. Jetzt ist hier oben schon wieder. eine Forschungsanlage. Okay. Aber hier unten bin ich mal gespannt, wie ich da hin kommen soll. Ich weiß, dass da wird es jetzt immer noch nicht. Hm. Na gut. Habe ich da oben auch wieder ein X. Aber in der nächsten Folge mache ich dann den Kopfgeldjäger. Jawohl. Dann lege ich mich hier hin. Kann ich gut speichern. Und dann sage ich bis in der nächsten Folge. Mach's gut. Schlaf gut. Oder wie auch immer. Und dann sage ich. Bye Bye.